Hallöchen! Das ist mein Kollege, der sehr hart arbeitet und sonst nix macht. Ich mag diesen Video total gerne, aber schau mal, ich habe plötzlich ein Auge auf meinem Finger. Wow, und schau mal ganz kurz, wie viel Post da ist. OMG, ich freue mich schon voll, das alles aufzumachen. Ich hasse so Tage, wo ich mich einfach nicht schminken kann und heute ist auf jeden Fall so einer. Bitte sag mir, dass ich nicht alleine bin, an manchen Tagen geht es einfach nicht und heute ich bin noch nicht fertig, aber das da kommt wieder runter, Lidschatten und Wimperdusche muss ich noch und... ahhhh, voll nervig, weil ich wollte eigentlich jetzt schon ein Video machen und ich muss ja heute noch nach Wien fahren und so und hab da noch so meine Klipper deinen Haaren, damit meine Haare nicht so ins Gesicht kommen. Und das kommt jetzt alles wieder weg. Ich finde eben Filter und auf Snaply schaut es sich ganz so schlimm aus wie in echt. Neeeeee. Ich wollte eigentlich was ausprobieren und habe eine andere Palette verwendet, aber jetzt verwende ich wieder meine Lieblingspalette mit meinen Lieblingsfarben. Da bin ich auf der sicheren Seite. Ok, das Video hatte irgendwie nix mehr befürchtet ich. Ich gebe es auf und gehe jetzt zum video filmen los geht's ich habe jetzt gerade neues video gefilmt meine finger sind deswegen hier ganz lila passend zu meiner weste ob meine stiefel sind ganz sandig vielleicht kommt ja jemand drauf was ich gemacht habe jen schüttelt sich da hinten so süß dass sie die beiden so gut verstehen zwei geschwister zwei halbgeschwister weil sie die gleiche mutter rubien ist auch an der koppel und an der weide immer der erste der sich sofort seine streichel einhalten holt dann kommt auch gleich immer als nächstes die rubiel da ist die rubineske ich muss mich so schnell beeilen weil ich fahre sie noch nach wien weil ich dort bei einer kinopremiere arbeite und ja schnell raus aus den reizsachen ich bin umgezogen raus aus den reizsachen schon in wien mit dem schnese ich bin gerade in einem leeren kinosaal und ich wollte immer schon mal irgendwie drauf drücken wie wäre es mit dunkel so wo kann ich drauf drücken dunkel irgendwie wird sich dunkel irgendwie geht das ja nicht und wir haben den mega spaß oder und so wir bewerfen uns jetzt gerade mit getränken moment ich zeig dir das mal ganz kurz also ich werde das jetzt mal zum schnee sie und er wirfts weiter und das ist jetzt noch so der ganz kürze test es ist noch niemand da hier kommen dann schon die ersten gäste und der luke ist die ganze zeit nur am snappen und der schnee sie das ist mit welchen leuten ich immer zusammen arbeiten muss ich seht schon wieder im auto jetzt gerade an der roten ampel und düse wieder nach hause die moderation bei der kinopremiere total lustig